Ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Ja, Momo Leute, euer Santer Zero hier und herzlich willkommen zum 4. Advent am 18. Dezember. Heute habe ich etwas ganz besonderes für euch, wie jeden Advent. Heute gibt es FIFA 17 für euch. Oh yeah, FIFA 17. Ich meine, ich würde es nicht spielen, weil ich kein Fußballfan bin. Aber ihr seid bestimmt Fußballfan und darum gibt es heute den Key für euch. Und damit jeder weiß, wie das heute funktionieren wird, gibt es heute noch die Auflösung von gestern. Und zwar verstecke ich ja immer in meinen Videos den Key, beziehungsweise ein Drittel des Keys. Und die anderen zwei Drittel werden wir gleich auspacken beim Adventskalender. Und so nett mal wird das aussehen, so könnte das versteckt sein. Mal gucken, wie ich es heute verstecken werde. Und so sah es halt gestern aus. So, wir wollen ja nicht so viel Zeit verlieren. Wir machen ja immer nur kurze Videos zum Auspacken. Deswegen, Freunde, da kommt da schon mal der Kalender an. Ich möchte euch nochmal Bescheid sagen, dass der 22. immer näher kommt. Und wenn ihr einen Brief an Santa Zero schreiben wollt, um euch ein Spiel zu wünschen, dann solltet ihr es verdammt schnell tun. Denn wir haben nur noch vier, vier freaking Tage Zeit, um diesen Brief an Santa Zero zu schicken, damit ihr euch euer Spiel wünschen könnt und vielleicht es auch bekommt. Je besser der Brief geschrieben ist, umso mehr Chancen habt ihr heute, dass ihr euer Spiel bekommen könnt. Denn ich werde entscheiden, wer das Spiel bekommen wird. So, Freunde, da ist der Kalender schon angekommen. Ich würde sagen, wir gehen Richtung Türchen Nummer 18. So, da öffnet sich das Türchen. Und hier befindet sich wie immer zwei Drittel des Keys. Wie gesagt, der letzte Drittel befindet sich im Video. Heute wird es ein bisschen anders rumlaufen. Heute kommt zuerst Final Fantasy, dann kommt Assassin's Creed Black Flag, dann kommt Skyrim und um 20 Uhr kommt natürlich dann wieder ein anderes Video. Aber das 20 Uhr Video zählt natürlich nicht mit. Freunde, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann morgen früh wieder zu einem neuen Kalender Opening und dann mal sehen, was wir da für Spiele bekommen. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Tschüss.